Hi! Willkommen auf diesem Kanal, Yellow Shells. Einige von euch fragen sich jetzt bestimmt, was ist Yellow Shells? Und das kann ich euch beantworten. Yellow Shells ist eine YouTube-Gruppe mit den Mitgliedern zur Zeit Gründarwin und LukeTV. Das war's. Und wir werden hier auf diesem Kanal Videos hochladen. Wer hätte das gedacht? Ähm, es steht noch nicht fest, was genau für welche Videos, aber geplant sind zur Zeit ein Zugerber von irgendeinem Let's Bay. Wir haben noch nicht abgesprochen, welches. Jetzt war's erst mal. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in weiteren Videos. Tschüss!